Hallo, hier ist Polop996 mit Let's Play Farm Frentice Okay, wir haben letzten Mal beim wir haben letzten Mal aufgehört beim, wenn es laden wird, wenn sie mal endlich fertig geladen ist Lade, 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 lade das ist eine Kuh wow beim vierten Spiel müssen wir jetzt spielen wir haben die wir haben die ersten beiden mit Gold und das dritte haben wir mit Silber geschafft so, und jetzt machen, haben wir uns ja eine Eipulverfabrik ähm, die zweite gekauft mussten wir uns ausbauen und ja gut, jetzt machen wir mal das Fettspiel möchtest du ein Spiel starten wie immer so Zwei Enten 10 Eipulver und 500 Geld für folgenden Abschluss 150 Gold in 330 und 50 dazu und Silber in 5 Minuten und 20 dazu ok ein bisschen schöne Musik mal wieder und ich werde hier hört es nicht so ok so ok spielen wir mal ok was haben oh wir haben eine ganz das ist ein Upgrade das ist eine Upgrade Taste mit ihr kannst du besser Geräte bessere Geräte kaufen ok so erstmal brauchen wir noch eine zweite Ente die machen wir kaufen wir uns natürlich gleich und da ist die die laufen wird ja frisst ruhig da bitteschön na komm schon mach dich voll mit so super ein Ei ein Bär ein Bär ein Bär ein Bär ein Bär warum rege ich mich eigentlich auf wenn der Bär kommt im Moment ist es ja noch einfach ich kenne das Spiel ja schon und in einem Level habe ich sogar schon gesehen da kam mehr als ein Bär da kamen zwei Bären nicht die leckeren Bären sondern die bösen die braunen Bären man war jetzt so das Bär mit äh das wisst ihr ja wir könnten die Maschine verbessern ach ja Ei-Pulver können wir ja jetzt schon machen dumm bin ich noch einmal so schneller Kohle kriegen wir haben schon ein Bär ein Bär nein nein nicht die Ente angreifen oh das war's okay jetzt können wir wieder verkaufen ein Bär bringt ja 100 das ist das Jute okay machen wir alle ach ja passt nichts mehr drauf okay passt nichts mehr drauf ist okay Entchen oh die hat schon ach ne die frisst die frisst das Zeug da unten weg also okay ich glaube mal wir müssten beide einmal für die Erweiterung Platz haben noch einmal ein Bär wieder ein Bär Juchu ein Bär ein Bär ein Bär und ich wollte noch sagen wenn das Lagerhaus unten voll ist ja warum sag ich eigentlich ja und man kriegt den Bären nicht rein könnte er auch wieder ausbrechen aus dem Käfig deswegen sollte man immer darauf achten wie nämlich da kam gerade ein Bär dass man immer schön genug Platz hat wenn jetzt der Bär nämlich reinpassen würde dann würde er wahrscheinlich ausbrechen jetzt kann ich nein ich will upgraden nein das war nicht so das war es danach so jetzt haben wir die upgraden und da fliegt ein Ei super toll ich halte ja in Zeit immer die Maus für ein Ei juppie toll und ich mach mal kurz Pause okay da bin ich wieder äh jetzt hatten wir gerade folgendes Problem als ich gerade ausgemacht habe kam gerade ein Bär super oder und da habe ich gerade eine Ente verloren Mist man blickt da ich mir noch eine kaufen kann ich baue ja zwei Enten und mal Milch äh Eipulver und jetzt war es glaube ich mal dass man zwei Eier reinpacken kann und doppelt so viel kriegt oder war es jetzt so der Lieferant ist wieder da und und ja das war jetzt mit zwei wenn man jetzt mehr als ein Ei in der Hand hat fliegen da wie man sieht zwei Eier und die Enten liegen im Rekordtakt hier Eier Milchpulver weil ich jetzt gerade nicht auf Pause gedrückt habe dürfen wir gleich nochmal machen ich bin so jetzt brauchen wir noch die erforderliche Kohle wenn die Hühner das machen würden mal gucken wie wir haben naja lassen wir nochmal losfahren aber ein Bär kommt nicht mehr tja scheidende dürfen wir gleich nochmal starten nur weil wir gerade Pause gemacht haben da gleich nochmal losfahren na komm schön Entchen macht doch beeilt euch doch mal Enten naja und der Bunn nervt mich ständig dass kein Wasser da ist Schnau, Schnau, 40 brauchen wir. 30, okay, dann warten wir noch eine App. Okay. Alles. Und ciao. Okay, dann haben wir jetzt auch die Aufgabe gefüllt. Du hast nicht richtig. Yippie. Nicht Yippie. Ein Ei, brauchen wir zwar nicht mehr, aber ist Quark. So, okay. Ich glaube, wir müssen sie jetzt nochmal neu machen. War das so jetzt, dass wir nochmal neu machen müssen? Ja, das haben wir gemacht. Jetzt können wir zweimal entscheiden. Wir brauchen mal die Bäckerei oder... Ich mach's nochmal am besten. Nein, mein Witz. Oder? Soll ich nochmal machen? Ich mach's nochmal. Ich will ja... Hier wieder die gleichen Ziele. Bla bla bla. Eine Ente. Naja, die Enten müssen ja was zum Fressen haben. Stimmt ja. Doof. Tja, Entchen. Vorwärtsfressi, Fressimari. Ich werd' blöd. Ein Ei. Ein Bär, ein Bär, ein Bär, ein Bär, ein Bär, ja, nein. Das gleiche, wie vorhin passiert mir jetzt nicht, nochmal. Mach ein Ei. Und noch ein Ei. Echt coole Musik. Die geht mir bloß langsam auf den Keks, aber... Echt coole Musik. Ach so, ja. Nicht träumen. Nicht träumen. Wie schnell die das wegfressen. Oh, noch ein Bär. Ein Bär bringt schön viel Kohle. Ich muss mir das leer halten. Und so, mehr Geld-Creme an. Okay. Drei Minuten dreißig haben wir. Und ein... Oh, ein Bär, ein Bär, nein, nein, nein. Nicht weg, nicht, 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 nicht. Ah, puh. Ich mag's doch irgendwie nicht, wenn die Bären da sind. Und wieder weg. So war das Upgrade. Ein Bär wieder, ein Bär, ein Bär. Nein, 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 nein. Ach, Schande. Du... Ente, du. Kann man eine Ente mit Ente beleidigen? Und ihr schafft bestimmt wieder nicht. Das ist doch eigentlich so einfach, das Spiel. Ist ja auch... Für nur Jahre freigegeben. Also für alle. Noch ein Bär. Und eingekesselt. Und weg mit dir, Bär. Tschüss. Und wieder kriegt man Geld. So kriegt man auch das erfordert. Nein, 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 nein. So geht's gut. Runde Füllen. Okay, Beeilung. Ja. Okay. Jetzt kommen wir noch das erforderliche Geld. Zwei Einblick. Wenn jetzt ein Bär kommen könnte, wäre ich ihm dankbar. Weil mich... Ein Bär bringt so schön viel Kohle. Yippie. Komm schon, Bär. Jetzt, wo man dich braucht, kommst du nicht. Gibt's doch wohl nicht. Oder? Gibt's das? Jetzt, wo man einen Bär braucht, kommt keiner. Genau. Vielen Dank. Okay, ich glaube, wir schaffen selbst Silber nicht, diesmal. Die Musik geht jetzt nicht mehr wirklich auf die Nerven irgendwie. Und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, wenn er sich jetzt noch... Ach, ne. Schon über der Zeit. Blöd. Ist schon über der Zeit. Aber nochmal mache ich jetzt nicht. Das wird, glaube ich, mal ein bisschen zu langweilig. Mal sehen, wo wir jetzt lang gehen. Und wir müssen sowieso jetzt wieder aufhören. Tja. Okay. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, ich spiele das Not Level nochmal. So, dass wir dann einen Punkt haben. Dann hoffe ich jedenfalls, dass ich es nochmal mache. Bis zum nächsten Let's Play Farm Frenzy. Bye.